Now follow me, up a heavy sphade, go down, Jünger ist ein Heel, ein Heel, ein Heel, ein Heel und ein Heel, and now it's going to set up. Langsam. Now you know the word of agreeing, just repeat this many times. Machen euch keine Sorgen um das nicht, sondern wiederholen das einfach ein paar Mal. Vielmal. The word of agreeing means the word of agreeing, it just means you hold a breath. Machen euch keine Sorgen um das nicht, meint, das meint aber nicht, dass ihr die Atmung kraftvoll unterdrücken sollt. Wenn ihr euch natürlich in und raus hammert, macht ihr es einfach. Einmal. 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 Vielleicht einfach. Ich will einfach kochen. In den Jüngern. Ich will nicht. Und auch noch dachte comfy. In den Jüngern. Und zwei Falt umall Und er schaut ab Rhoog. Ein Rhinoceros schaut zum Mond. Und dann... Und dann zurückkommt...